Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Destroy Our Humans Folge 6 Da hätte ich als Bürgermeister polizei nicht alarmieren Wo ist er hergekommen? Egal du musst ihn aufhalten bevor er öffentlich deine Existenz bekannt geben kann Häh? Ach Mann, schnell bleiben! Häh? Wo ist der Polizeikommissar? Er sollte mich doch beschützen. Frisch drehen! Alle zu den Kühen hin und es sah aus, als würde irgendein Gerät in den armen Viechern stecken. Gewäsch. Und anschließend kam ich nicht einmal dazu, Miss Rockwell zu treffen. Sie ging einfach vorbei mit ihren... Das Getreide kreisförmig flachgelegt. Da gehen unsere Ersparnisse dahin, habe ich zu Edgar gesagt. Keine neuen Schuhe für die Zwillinge. Und ich fürchte, der Lien muss noch ein weiteres Jahr mit dem Überbiss leben. Guten Tag, liebe Landwirtkollegen. Hier passiert nichts Außergewöhnliches. Alles ist normal. Macht mit euren armseligen Menschenleben einfach weiter. Danke. Jetzt warten Sie mal eine Minute. Herr Bürgermeister, ich lebe schon immer in dieser Stadt. Und ich habe bei der letzten Wahl zweimal für Sie gestimmt. Und jetzt möchte ich gerne eine ehrliche Antwort von Ihnen. Wenn hier nichts Außergewöhnliches passiert, wie kommt es dann, dass meine Kühe leuchten wie Glühwürmchen? Nun mal raus mit der Sprache. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Die Air Force hat mir versichert, dass, was immer Sie auch gesehen haben, sehr wahrscheinlich die Aurora Borealis war. Oder ein Wetterballon. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich habe nicht vor, das Land, für das unsere Vorväter gekämpft haben und gestorben sind, der schleichenden roten Bedrohung zu überlassen. Sie waren ein angenehmes Publikum. Vergessen Sie nicht, der Bedienung ein Trinkgeld zu geben. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann stimmen Sie bei der nächsten Wahl für mich. Möglichst früh und oft. Moment mal. Wie soll das denn die Zerstörung auf dem Jahrmarkt erklären? Hören Sie, ich werde nicht ruhen, bis wir die Täter gefunden und sie der Justiz übergeben haben. Moment mal. Wie kommt es, dass niemand in Santa Modesta jemals so etwas gesehen hat? Santa Modesta hat genau die gleichen Probleme wie wir. Der Unterschied ist nur, dass wir mit der Rockwell Gazette eine preisgekrönte Redaktion haben, der nichts entgeht. Die sorgen dafür, dass ich ehrlich bleibe. Ihr seht, es gibt hier nichts, worüber sich ein mickriges Menschenhirn Gedanken machen sollte. Der Bürgermeister hat recht. Das war alles bloß eine Verkettung von verdächtigen Zufällen, die sich alle rational erklären lassen. Ja, das ist richtig. Hört einfach auf mich. Glöd, Männer. Gute Nacht und ein angenehmes Morgen. Was für Versager. Hirne wie Matsch. Hier werden wir leichtes Spiel haben. Krypto, hast du gehört, was dieser Mensch während deiner Rede gesagt hat? Hab ich wohl verpasst. War beschäftigt. Hör zu. Bürgermeister Gleitsch. In der Nähe gibt es noch ein Menschennest. Er nannte es Santa Modesta. Finde heraus, wo es ist und begib dich dorthin. Es gibt noch mehr Menschen zu kontrollieren. Ach, das war ja das wohl der Jahrmache. Dann ist es ja auch das gleiche. Was für das? Warte, das ist hier jetzt aber ein Arzt. Kommunisten, wir werden angegriffen. In die Hölle. Nein. 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 Halloween, hä? Ich weiß, dass du da bist. Hier sind wir, Krypto. Im sonnigen Santa Modesta. Als erstes musste das Alpha-Männchen dieser Stadt finden. Vielleicht können wir dann Einsicht in die soziale Hierarchie der Menschen bekommen. Krypto, als erstes solltest du eine menschliche Gestalt annehmen. Bei diesem Auftrag ist es lebenswichtig, dass du völlig inkognito bleibst. Wenn irgendjemand deine wahre Gestalt sieht, scheitert der Auftrag. Scanne alle Menschen, die du siehst. Vielleicht erfahren wir so, wo der Bürgermeister ist. Komm, Moschi, Moschi, Moschi. Wir haben 500 Dollar für seine Kampagne gegeben und haben trotzdem keine Einladung zur Poolparty bekommen. Vielleicht sollte ich diese Fotos an die Zeitung verkaufen. Oh, ich glaube, mein Make-up ist ruiniert. Ich muss nach Hause und mich neu schminken. Ein guter Tag, um sinnlose Gewalt anzuwenden. Mann, jeder Tag ist ein guter Tag dafür. Ich bin das Gesetz. Ich muss schon sagen, dass dieser Staubsauger-Vertreter einen ganz netten Eindruck machte. Ich könnte weiter arbeiten. Aber ich glaube, wenn ich diesen Boden noch einmal bohnen muss, sterbe ich. Weißt du, was das hier abrunden würde? Ein neuer, fahrbarer Rasenmäher. Mann gegen Natur. Sieg der Zivilisation über die Wildnis. Der ewige Kampf geht weiter. Junge, Junge, dieser Ike, ihn würde ich bestimmt zum Grillen einladen. Bleib mir fern. Ike, der Grillpräsident. Das ist doch mal eine Grundlage für eine Wahl. Wenn mich Bobby Jr. noch einmal nach diesem Fahrrad fragt, werde ich ihn erwürgen. Das schwöre ich bei Gott. Hm, Bob schaut mich nicht einmal mehr an. Gott sei Dank. Dieser verkommene Bürgermeister. Wir haben 500 Dollar für seine Kampagne gegeben und haben trotzdem keine Einladung zur Pool. Ich mag Ike. Er ist zwar kein Hoffman. Wenn sich irgendwas angenehmer anfühlen sollte als Poliet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, das Anschauen von verbotenen Bildern elektronisch möglich zu machen. Ich wette, in der fernen Zukunft, 1975, wird es das geben. Es würde Diskotron heißen und die Menschheit verändern. Da scheint eine Art seltsames, menschliches, gesellschaftliches Ritual durchgeführt zu werden. Vielleicht kannst du durch Scannen mehr herausfinden. Dieser Bürgermeister ist armselig. Genau wie diese Poolparty. Zeit, diesen Ort in eine Müllhalde zu verwandeln. Willst du was von mir? Was geht ab? Mein Gehirn wird schwächer. Außerirdische! Ein Außerirdischer! Zeit für eine Wahl. Knie nieder vor mir. Vielleicht verschone ich dann dein Leben. Komm zur Eugendung, Fleischer! Das war schauriger als Vizepräsident Nixon. Ich will dir nur helfen. Hilfe! Die wollen unser Mensch zerstören. Zeit zu sterben, kleiner Mann. Komm zurück! Ich bitte dich nicht noch einmal! Wirkliche kommunistische Aktivitäten gemeldet. Albatronien sollen Ausschau nach möglichen kommunistischen Aktivitäten halten. Gute Arbeit, Krypto! Leider scheinst du die örtliche Polizei aufgescheucht zu haben. Sei also vorsichtig. Um mit der Polizei von Santa Modesta klar zu kommen, brauchst du eine neue Raffe. Ich schalte daher den Vernichtungsstrahler frei. Probier ihn direkt mal aus! In der Sonnensatz absuche, als wenn man die Gegend so gut abkommt. Du hast ein Recht darauf, dass man dir mit dem Arsch zerstört. Du hast ein Recht darauf, dass man dir mit dem Arsch zerstört. Und ich zögere nicht, Gebrauch davon zu wachen! Ja, über birden sie so gut abkommt! Also ich schalte nicht! Na ja! Geht's jetzt nicht! Nein, erzählen acht gerne aus! Ruf sie nach oben! Das war jetzt mal wieder die Zwischenmission Ich weiß nicht, halloween? Na ja, ich gehe als cool Zurück, zurück Du kannst dich nicht durchstecken Junge, ich liebe meinen Ätze Ein echter Klassiker Lass deine Waffe fallen oder ich schieße Ich habe einen Goldschläger und ich zögere nicht, Gebrauch davon zu machen Invasion aus dem All Die wollen unser Leben zerstören Invasion aus dem All Ich sage dir, ich sehe dich besser Hm? Ja, jetzt ist es Ein Teil Ja, ich sage dir Das hat mich alleine Ich will meinen Vater zurück, zu meiner leunigen Winde. Mein Mann wird gleich hier sein. Kleine grüne Wäldchen! Zurück! Zurück! Ich weiß nicht, Weltraumviecher! Ich nehme immer noch in der Nähe. Zu viel Stress. Ganz klar. Kinder haben hier nichts zu suchen. Hat jemand was gesagt? Blut Bar 2. Zerschmeltert den Widerstand der Menschen, die in Lügen ihren heiß geliebten Frauen verlichtet. Zurück! Für Frauen-Werbzog im Jahres 30 Lohnung 2.1. Das wäre jetzt noch nichts, der Matriz-Typ und Schutzzustand. Wie geht es denn? Untertitelung des ZDF, 2020